Als gelernter Sonitärinstallateur weiss ich, wie man wasserschonend nutzt. Es braucht neue Technologien, die uns helfen, das Klima zu schonen. Für uns ist sauberes Wasser so selbstverständlich. Ich weiss aber, was es dazu braucht. Wenn du einen sinnvollen Beruf mit Zukunft suchst, dann ist vielleicht Gebäudetechniker genau so richtig für dich. Auf Wiedersehen.